Giesinger Bergfest, Löwenslänglich Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich Willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch Episode 13. Wir melden uns aus der Sommerpause, wobei das nicht so ganz stimmt, wenn man ganz ehrlich ist. Der Ball rollt ja immer noch und die Saison ist auch noch nicht so ganz beendet, deswegen bleiben auch wir am Ball und müssen reden über ganz, ganz viele Themen aus dem weiß-blauen Löwenkosmos und den Sphären, die er touchiert und das machen wir heute in einer gemütlichen Viererrunde, natürlich mit dem Inventar des Giesinger Bergfestes. Ich begrüße ganz herzlich Anja und Alex. Grüß euch. Servus Flo. Servus. Wie geht es euch so, der Löwe seit knapp zwei, zweieinhalb Wochen jetzt im Urlaub? Also mir geht es ganz ehrlich ganz gut, weil man merkt erst im Nachhinein, wie anstrengend so eine Saison ist, auch wenn man nur Beobachter ist. Aber diese Löwensaison war schon extrem spannend und extrem nervenzerrend, gerade die letzten Wochen als Jäger und dann zum Schluss als Gejagter und jetzt mittlerweile bin ich ganz froh, dass es zumindest ein paar Wochen Abstand vom Fußball gibt oder von den Löwen. Ganz weg bin ich ja als Sportjournalist nicht vom Fußball, aber ja, tut gut. Anja, wie geht es dir denn? Du warst ja schon in, naja, ist es Urlaub? Ich weiß nicht, ob deine Mails so als Urlaub zu bezeichnen waren. Ich bin körperlich angeschlagen heute ein bisschen. Ich habe ein wenig Normalität in Österreich genossen. Ja, es war verrückt, aber es war cool und ich habe den Abstand zu den Löwen auch sehr genossen, wobei ich sagen muss, im ersten Lockdown habe ich ja so annähernd meine Mitte gefunden. Also manchmal driftet es so links und rechts ja immer noch ab, aber ich freue mich über diesen vierten Platz. Fertig, aus, das ist gut gemacht. Und damit ist für mich jetzt diese Saison beendet und es ist alles gut. Und jetzt drücke ich einer anderen Mannschaft, die noch spielt, die Daumen. Ich glaube, das tun wir alle. Und deswegen, das ist auch das Thema, mit dem wir gleich einsteigen werden, denn wir sind ja heute zu viert an diesem Stammtisch, auch wenn wir alle heute mit ein bisschen Wasser unterwegs sind. Aber auch unser vierter Gast ist mit Wasser unterwegs, denn der hat noch ein bisschen was zu tun auf dem Fußballrasen und wir hoffen sehr, dass er dazu beitragen kann, dass nächstes Jahr doch noch eine weitere bayerische Mannschaft in der dritten Liga dabei ist. Wir haben heute Folge 13 und wie er uns gerade gesagt hat, das war auch seine Rückennummer in den Junioren-Nationalmannschaften und deswegen sagen wir, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest und damit am Löwenstammtisch. Daniel Adlung. Servus zusammen, schön, dass ich da sein darf. Adi, grüß dich. Die erste und wichtigste Frage in diesen Zeiten immer noch und das sagen wir auch, das ist und bleibt so. Wie geht es dir gesundheitlich? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Also ich bin wirklich in einer guten Verfassung, so insgesamt meine Familie auch und das ist, glaube ich, in den aktuellen Zeiten wirklich das Wichtigste, dass alle gesund sind. Da hast du absolut recht. Du bist prädestiniert heute unser Gast zu sein, denn wir haben es ja angedeutet, du kannst dazu beitragen, dass ein bayerischer Viertligist aufsteigt in die dritte Liga. Du spielst momentan für den ersten FC Schweinfurt 05. Ihr habt euch in den Aufstiegs-Playoffs, die ja eingeführt wurden, durchgesetzt und jetzt geht es gegen den TSV Havelse. Ihr spielt jetzt den letzten Platz für die dritte Liga aus in den Playoffs. Ganz, ganz spannende Situation und ich glaube, wir haben es ja schon gesagt hier im Bergfest, wir drücken euch dermaßen die Daumen, es muss noch ein bisschen bayerische Power nach oben. Oder Burschen und Mädels? Unbedingt. Dieses Nicken. Definitiv. Achso, ja, sorry. Das ist die körperliche Verfassung. Wir müssen auch was wieder aus unseren Zweifel-Urlaubsrhythmus rauskommen. Du, die dritte Liga braucht unbedingt noch ein bisschen mehr bayerischen Flair. Jetzt, wo es zwei runtergedonnert hat, muss ein neuer Dritter einfach rein. Und ich weiß, dass da in Schweinfurt ganz coole Typen spielen, also die sollten schon dringend hochgehen. Ein vierter muss rein, oder? Ja, da kommen wir gleich dazu. Ari, für dich ist es eine ganz spezielle Situation. Du bist pünktlich zu den Aufstiegsspielen jetzt zum 1. FC Schweinfurt 05 gekommen. Kannst du mal vielleicht den ein oder anderen von unseren Löwenfans abholen, wie es denn dazu gekommen ist? Du warst ja vorher in deiner Heimat in Franken tätig. Richtig. Nee, es war so, dass in Fürth auch aufgrund von Corona natürlich einige Sparmaßnahmen getroffen werden mussten. Und ich habe mit den Verantwortlichen schon im Sommer gesprochen, dass es für mich über den Sommer hinaus wahrscheinlich nichts wird. Da war Fürth auch noch ganz weit weg vom Aufstieg in die Bundesliga. Und da wurde mir nahegelegt, wenn ich denn was Passendes für mich finde, dürfte ich den Verein verlassen. Und auch wenn es schade für den Verein wäre, für mich wäre, weil wir einfach was anderes vorhatten, muss ich das in dem Moment so akzeptieren. Natürlich war ich in einer körperlich guten Verfassung und habe ganz normal trainiert. Aber nichtsdestotrotz habe ich zwei Jahre Regionalliga gespielt und dann stehen die Vereine natürlich nicht mehr Schlange bei einem 33-Jährigen, wo viele sagen, nee, im Fußball ist es mittlerweile schon zu alt. Es gibt wenige Ausnahmen, die bis ins hohe Alter im Profifußball derzeit unterwegs sind. Ein Beispiel habt ihr, Paradebeispiel in München. Aber das sind wenige. Und deshalb war ich auf der Suche und war mit so ein paar Vereinen im Kontakt. Und ja, im Winter haben wir uns dann darauf geeinigt oder nach längeren Gesprächen eben mit Schweinfurt zusammen, dass wir das unbedingt machen wollen. Auch als klar war, wie der Modus am Ende des Tages aussieht, glaube ich, dass mit meiner Erfahrung, mit den Spielen, die ich schon auf dem Buckel habe, ich diesem Verein und der Mannschaft einfach helfen konnte. Und das war so der Gedankengang. Und wir haben eine sehr, sehr coole Lösung am Ende gefunden. Und ich bin wirklich happy jetzt seit, ja, muss man sagen, seit März erst, weil wir vorher nicht trainieren durften, aber seit März dann in Schweinfurt zu sein. Genau. Du hast dich anscheinend sehr, sehr gut eingefügt. Es geht gleich, es ging jetzt ja richtig schnell auch zur Sache. Du hast ein bisschen Zeit gehabt, dich reinzuarbeiten. Und Schweinfurt hat sich ja sehr, sehr souverän durchgesetzt in diesen eingeführten Playoffs. Vielleicht können wir da die Hörerschaft, unsere Stammtischrunde nochmal mitnehmen. Ihr habt Playoffs gespielt, also jeder gegen jeden, Schweinfurt, Aschaffenburg und Bayreuth. Und ihr seid da durchgepflügt. Und auch du konntest zwei Vorlagen beisteuern. Also wenn das nicht ein guter Einstand ist, das müsst ihr doch jetzt mit dem Aufstieg krönen. Definitiv. Das würde ich so direkt unterschreiben. Ich bin happy, dass ich der Mannschaft einfach helfen konnte. Und wir hatten knapp zehn Wochen Vorbereitung, was uns jetzt am Ende des Tages wirklich sehr, sehr geholfen hat, weil einige Mannschaften hatten nicht das Privileg, frühzeitig ins Training einsteigen zu können. Deswegen glaube ich, dass wir körperlich einfach Vorteile hatten. Und man sieht es im Fußball, dass insgesamt in allen Ligen der Fußball immer athletischer wird. Und deswegen konnten wir davon zehren, dass wir einfach, glaube ich, in den entscheidenden Spielen jetzt einfach die Power hatten. Und das hat man in unserem Spiel gesehen, in dieser Spielweise, die wir an den Tag legen. Ja, und deswegen ein großes Kompliment an alle, wie wir bisher durchgezogen haben. Und haben uns das absolut verdient und erarbeitet. Aber jetzt gilt es nochmal, zweimal in den Relegationsspielen richtig beißen und das dann auch noch zu vergolden, sage ich mal. Ich fand es unglaublich beeindruckend, wie ihr Fußball gespielt habt in diesen Playoff-Spielen. Also da hat so viel gepasst, gerade offensiv. Die Tore, die da gefallen sind, das war Fußball schon echt stark. Also mich hat das überrascht, weil ihr habt ja im Prinzip nur Trockenübungen gemacht zehn Wochen lang. Oder habt ihr Testspiele gehabt? Nee, wir durften nur intern Testspiele machen. Haben dann auch wirklich das letzte Testspiel intern mit Trikots gespielt, dass es sich einfach wieder nach einem Spiel auch anfühlt. Weil im Trainingsshirt elf gegen elf zu spielen, ist nochmal was anderes, wie mit Trikots zu spielen. Und ja, man muss echt sagen, so insgesamt die Breite des Kaders ist extrem gut. Und jeder hat von jedem profitiert. Und deswegen glaube ich, dass wir da wirklich mit diesen zehn Wochen Vorbereitung auch Glück hatten, dass die Stadt und der Verein alles möglich gemacht haben, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Und das zahlt sich jetzt am Ende des Tages dann hoffentlich weiter aus. Du hast gerade die zehn Wochen Vorbereitung angesprochen. Jetzt ist es Regionalliga natürlich. Wie ist es denn, Adi? Zehn Wochen ist ja ein gutes Spektrum. Ich glaube, Aschaffenburg ist erst nach euch in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Das wird denen wahrscheinlich das Kreuz gebrochen haben. Und Bayreuth ist aber, glaube ich, früher eingestiegen. Vielleicht war das sogar zu lang. Weißt du, was ich meine, auf was ich hinaus will? Das ist ja oft so, dass Teams viel zu lang schon mal im Vorfeld zusammen sind und dann vielleicht gar nicht mehr so heiß sind nach so einer langen Lockdown-Phase. Ja, und ich glaube, du hast da einen sehr guten Punkt getroffen. Insgesamt brauchst du eine sehr, sehr gute Mischung, was Anspannung und Entspannung betrifft in so einer langen Phase, weil du musst dich wirklich jeden Tag immer wieder pushen, weil du trainierst ja ins Nichts hinein. Zu Beginn, wo wir angefangen haben, standen ja gar keine Termine fest. Wann ist es soweit? Wann starten wir die Playoffs? Dass sie irgendwann kommen, war klar. Nur wann? Und das hätte nach drei Wochen sein können. Das hätte nach sechs Wochen sein können. Oder wie jetzt, einfach zum fixen Termin, dann nach acht bis zehn Wochen. Deshalb musst du immer eine gute Mischung finden. Wie viel Gas gebe ich jetzt oder wie viel Entspannung gebe ich den Jungs auch wieder? Und dann auch zum Start einfach dieses Reinkommen. Wir hatten das letzte Spiel exakt am 31. Oktober in der Regionalliga und haben dann am, keine Ahnung, 10. oder 12. März wieder begonnen mit dem Training. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und man sagt, wenn man das so vergleicht nach einer Verletzung, brauchst du die Zeit, die du verletzt warst, auch wieder, um auf 100 Prozent zu kommen. Deswegen muss ich sagen, haben wir es jetzt erstaunlich gut gemacht, was wir alle wussten, weil wir echt gut gearbeitet haben. Aber ja, wir sind immer noch in diesem Prozess und durch diese ganzen Spiele jetzt auch, was wirklich viele Spiele sind, aufgrund dessen, dass wir vier, fünf Monate gar kein Spiel hatten, sind es jetzt sehr viele Spiele. Das gehört auch noch dazu. Und ich glaube, wir kommen immer näher an unsere 100 Prozent. Und deswegen muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie wir bisher die ganzen Wochen und Monate jetzt durchgezogen haben. Wie schwer war das denn, sich über den langen Winter fit zu halten? Weil klar kann man Läufe machen oder Ähnliches, aber Fußball ist ja dann doch nochmal eine andere Belastung. Wie hart war das für dich? Das war sehr, sehr hart. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig gute Schulung war für jeden Einzelnen, sich wirklich zu quälen. Und wir befinden uns aktuell im Amateursport, auch wenn wir unter Profibedingungen trainieren. Aber viele kannten das nicht, wirklich sich tagtäglich selber zu quälen. Und das bedeutet auch, Profi zu sein, dass du dann nicht sagst, Ja, ich mache den Lauf vielleicht mittags, nachmittags. Ja, komm, mache ich ihn morgen. So, und das kannst du halt immer wieder so aufschieben. Und da hat sich gezeigt, wer hat wirklich gut gearbeitet und wer nicht. Und bei uns war es wirklich so, dass jeder Spieler, ich habe die erst da kennengelernt, am Trainingsauftakt oder körperlich kennengelernt, sage ich mal, weil virtuell haben wir vorher auch zusammengearbeitet. Aber jeder war fit. Und das spricht für den Charakter dieser Mannschaft. Und deswegen, ja, war das einfach sehr, sehr gut. Aber es war für den Kopf natürlich eine Katastrophe, muss man einfach so sagen. Wir haben ja schon gesagt, wir drücken die Daumen dem SNFC Schreinfurt 05. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass du ein paar Ex-Löwen um dich herum hast. Also das ist ja so eine kleine Ex-Löwen-Kombo da. Und namentlich fallen uns dann natürlich jetzt ein, ein Christian Böhnlein, den kennen wir natürlich noch ziemlich gut. Ich glaube, da hat jeder von uns gejubelt, als der in seinen letzten Wochen bei 60 noch schnell sein erstes Profitor geschossen hat. Und was für eins damals. Uerdingen. Gegen Uerdingen. Unvergessen. Dann haben wir aber auch, dann haben wir noch einen, was soll ich die Liste nochmal aufmachen? Was hieß denn mal? So gut bin ich vorbereitet. Ich kann dir helfen, Flo. Thomas Haas, Ex-Löwe, in der Jugend lange gespielt. Alter Fichtacher Schulkollege von mir. So, kommen wir aus dem gleichen Ort. Also diese Niederbayern sind alle miteinander zusammen. Wir sind überall. Das muss man jetzt schon mal sagen. Dann natürlich Robert Hettig, Sportdirektor, lange bei den Löwen. Ich glaube Pressesprecher. Und dann war er Teammanager, weiß ich gar nicht. Pressesprecher war er bei den Löwen und danach kam Lil Zerfler. Ach genau, ja. Und dann, Flo, jetzt musst du weitermachen, weil... Ja, ja. Nein. Wir wollten damit echt nur sagen, natürlich drücken wir dem Bayerischen Vertreter die Daumen, aber wenn das mit Löwenblut garniert ist, das ist ja sowieso klar. Und ich gehe mal davon aus, Adi, du warst lange Zeit auch bei 60. Du hast natürlich auch beobachtet, was da oben bei den Löwen so passiert ist. Und ich gehe auch mal fest davon aus, du würdest gerne im Grünwalder Stadium kommendes Jahr auflaufen und dann gegen Weiß-Blau spielen. Absolut. Also das wäre natürlich eine Traumvorstellung. Ich habe natürlich gehofft, dass die Löwen hochgehen in die zweite Liga. Ja, es war am Ende bitter. Aber wenn man sieht, was für eine Saison die Löwen gespielt haben, muss man einfach den Hut vor dieser Mannschaft ziehen. Um Sascha Mölders herum, glaube ich, sehr, 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 sehr viele junge Spieler mit wenig Erfahrung insgesamt, so auch in der Breite des Kaders. Und die waren irgendwann, waren die Jungs schon mal abgeschrieben, auch medial. Und jeder hat gesagt, ja, das wird wieder nichts. Ja, und siehe da, standen sie am letzten Spieltag plötzlich davor, in die Relegation zu kommen. Und da muss man einfach riesen Respekt zollen. Und umso schöner jetzt, oder umso trauriger, dass sie nicht hochgegangen sind, aber umso schöner wäre es jetzt, dann auf die Löwen zu treffen im Grün, weil das Stadion. Jetzt ist es so, ihr steht vor den Playoffs. Es geht gegen den TSV Havelse aus der Regionalliga Nord. Und die haben schon so ein bisschen die Favoritenrolle nach Franken geschoben. Wie siehst du das? Nimmst du das an? Sagst du, das ist ein Understatement? Auf was für ein Team darf sich Havelse freuen beziehungsweise muss es sich einstellen? Also, ja, wie das mit dieser Rollenverteilung ist, ich glaube, das ist so ein bisschen taktisches Verhalten auch von beiden Seiten, dieses obligatorische Geplänkel, was immer wieder stattfindet. Nichtsdestotrotz, wir haben einen klaren Plan, wir haben einen klaren Weg. Und da ist mir wirklich relativ egal, wer der Favorit ist oder nicht, weil wenn wir unsere Hausaufgaben machen, und davon gehe ich aus, was wir auch in den Playoffs jetzt gezeigt haben, glaube ich, dass wir das Team sind mit der größeren Qualität. Und ich kann Havelse nur aus der Ferne, ja, wie sagt man, bewerten, weil wir haben noch nicht allzu viele Szenen gesehen, weil wir jetzt einfach dazwischen auch noch Pokalspiele hatten und so weiter. Deswegen werden wir ab Mittwoch wirklich intensiv auf den Gegner eingehen und dann auch nochmal Stärken, Schwächen von Havelse sehen. Aber, ja, umsonst sind die definitiv nicht da. Und, ja, die haben Großes vor. Der Trainer geht zu Hannover 96, muss jetzt aktuell so ein bisschen zweigleisig planen. Aber ich glaube, dass jeder in Havelse ihm auch, ja, die Daumen drückt und ihn gerne mit dem Aufstieg verabschieden würde. Und da haben wir natürlich ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und wollen ihm das vermasseln. Und dann kann er nächstes Jahr gerne mit Hannover 96 aufsteigen. Aber es ist ja auch eine ganz schwierige... Ich liebe es vermasseln. Das könne ich ihm nicht. Es muss ja eine ganz schwierige Vorbereitung auf diese Spiele sein. Havelse hat ja in dieser Saison, in diesem Jahr noch kein Spiel gemacht. Die haben im Sommer angefangen mit der Saison, haben dann, ich glaube, neun Spieltage absolviert und jetzt ist nach Quotient abgerechnet worden in der Regionalliga Nord. Das war ja nochmal besonders, weil die in zwei Gruppen gespielt haben. Jetzt haben die irgendwie am grünen Tisch ausgedeichselt, ich weiß nicht wie, dass Havelse an der Relegation teilnimmt. Man kann sich auf den Gegner im Prinzip nicht vorbereiten momentan. sehr, sehr schwer. Also du kannst dich wirklich nur mit den Bildern, die irgendwo noch vorhanden waren, vorbereiten. Ja, die Spieler durchgehen auf diversen Plattformen. Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Aber rein vom Spielen her, boah, die können topfit sein, die können nicht fit sein. Man weiß es nicht, was auf uns zukommt. Und deswegen, umso mehr müssen unsere Sinne geschärft sein, dass wir wirklich unser Spiel einfach durchbringen und uns gar nicht zu sehr nach dem Gegner richten, sondern respektvoll sein, weil umsonst, wie gesagt, sind sie nicht in der Relegation. Und ja, wie das am Ende zustande kam, ist eigentlich auch egal, weil es war überall kurios. Also wenn man unsere Liga jetzt sieht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, was da alles jetzt kommt mit Liga-Pokal und Verlierer-Runde und Extra-Runde und nochmal ein Looping drehen irgendwo, keine Ahnung. Du kannst dich über so viele Dinger für irgendwas qualifizieren und das ist Wahnsinn im Amateurfußball insgesamt. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis alles wieder Normalität ist. Wie machst du das dann, Adi? Weißt du vor jedem Spiel, um was es geht oder machst du mal wieder einen auf? Ist mir wurscht, ich spiele einfach das Ding runter und ich gewinne eh jedes Spiel. Einfach gewinnen, oder? Also das ist der einfachste Weg, aber ich erkundige mich schon vorher, um was es gerade geht. Wann erkundigst du dich? In der Umkleide oder schon irgendwie davor ein bisschen? Nein, so ein bisschen muss man sich schon vorbereiten. Beim Einlaufen, kurz beim Schiedsrichter nochmal nachgefragt. Was machen wir hier eigentlich? Also ganz ehrlich, wenn dann TV-Mikros da sind und dann so, Entschuldigung, Herr Schiedsrichter, um was spielen wir heute eigentlich? Wer ist das überhaupt? Können die sich einmal drehen, dass ich den Namen der Mannschaft lesen kann am Trikot? So, ja. Also mir geht es tatsächlich manchmal ja schon so, gell? Das ist wirklich kurios. Also manchmal weiß ich nicht, gegen wen ich in der Volleyballmannschaft spiele, weil da lasse ich mich einfach überraschen. Ich weiß, dass die anderen schlechter sind. Jetzt müssen wir zur Klarheit sagen, ihr spielt noch im Liga-Pokal, aber eben in dieser Verliererrunde. Also wenn diese Folge erscheint am Mittwoch, dann habt ihr schon gespielt gegen Wacker Burghausen, in Burghausen. Wir gehen natürlich davon aus, dass ihr gewonnen habt. Genau, ihr habt gewonnen, gehen wir jetzt mal davon aus, wobei ich im Verbreitungsgebiet Wacker Burghausen habe, als PMP-Sportreiter. Aber das Spiel geht 1-0 für Schweinfurt aus, weil Philipp Meier schießt gegen seinen Ex-Klub-Anton. Stimmt, genau. Muss so kommen, ja. So wird es kommen. Und ihr wisst, wer der beste Tipper hier am Tisch ist. Und wir wissen auch, wer die Vorlage geben wird. Ja, wissen wir auch. Unter Vollständigkeit halber, der Sieger der Verliererrunde des Liga-Pokals kommt wiederum ins Viertelfinale des Toto-Pokals und wer den Toto-Pokal gewinnt, darf im DFB-Pokal spielen. Richtig. Und wer den DFB-Pokal gewinnt, darf Europa-League spielen. Also der kürzeste Weg nach Europa. Nein, eigentlich der längste Weg. Aber Schweinfurt international ist. Adi, das ist das Ziel. Dann kaufe ich mir auch ein Schweinfurt-Trikot mit Adlung. Ich schicke dir sogar eins. Ich schicke dir sogar eins. Wenn wir international spielen, dann schicke ich dir eins mit Widmung. Mit persönlicher Weg. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Kannst du den Rahmen gleich mitschicken, dann muss ich den nicht extra kaufen. Genau, und drauf geschrieben steht dann, prognostiziert bei Giesinger Bergfest, Folge 13. Richtig. Nein, also, gespielt wird die Aufstiegsrunde. Zuerst am 12. Juni in Schweinfurt, 19. Juni dann in Havelse. Havelse würde bei einem Aufstieg höchstwahrscheinlich dann in Hannover seine Spiele austragen müssen. Vorteil oder Nachteil, dass ihr zuerst das Heimspiel habt? Das ist eine gute Frage. Also, wenn du beide Spiele zu Null gewinnen würdest, dann ist es ein Vorteil. Man weiß es nicht. Also, ich will mich da auch gar nicht festlegen, Vorteil oder Nachteil. Wir nehmen es so an, wie es ist und versuchen natürlich im Heimspiel direkt ein Zeichen zu setzen. Und ja, aber wir gehen im Auswärtsspiel genauso an die Sache ran, wie auch im Heimspiel. Deswegen völlig egal eigentlich, ob erst zu Hause und dann auswärts. Ja, wurscht. Aber Adi, sag mal, Zuschauer sind wieder zugelassen. Ihr habt auch schon vor Zuschauern gespielt. Wie war die Rückkehr der Zuschauer? Es ist ungewohnt, muss ich sagen. Wobei, ich glaube, dass andere damit, also in den Profiligen, mehr Probleme hatten als wir. Zum Beispiel in Fürth bei den Amateuren, bei den Heimspielen, waren mit Ordnern und Mannschaft, glaube ich, 35 Leute auf dem Platz. Deswegen war das sowieso immer Geisterkulisse. Auch als Zuschauer noch erlaubt waren. Habe ich mich die letzten zwei Jahre so ein bisschen dran gewöhnt. Aber es war natürlich schon cool, dass mal einfach wieder Leute im Stadion sind. Und das siehst du jetzt auch an den Testspielen der Nationalmannschaft oder U21 oder wo auch immer Spiele waren. Champions League Finale. Es ist was anderes, wenn Zuschauer einfach da sind. Und dafür spielt man auch Fußball, dass man Leute begeistern kann, unterhalten kann oder darf, besser gesagt. Ja, und es gehört einfach dazu. Das ist etwas ganz Interessantes, was du da sagst. Und das ist auch etwas, was man von Künstlern jetzt in den letzten Monaten beziehungsweise im letzten Jahr auch gehört hat. Dir fehlen so diese positiven Pushes. Du bist ja eigentlich wahrscheinlich auch so ein ganz klein bisschen süchtig nach diesen Rückmeldungen, die dich ja auch immer antreiben, wenn du da vor vielen Zuschauern spielst, oder? Also ich möchte das jetzt nicht so irgendwie als Entzugserscheinungen betiteln, aber ist es sowas, wo du sagst, also das ist etwas, da spiele ich dafür, das schiebt mich an und wenn es wegfällt, bremst mich das? 100 Prozent, weil einfach weniger Emotionen insgesamt in dem ganzen Spiel sind. Das fühlt sich, oder zu Beginn hat sich das auch so alles angefühlt, wie so ein Testspiel, wo vielleicht mal ein paar Leute zuschauen, aber das wirklich auch Zuschauer sind. so, wenn du in einem Fußballstadion bist, wo viele Leute drin sind, bekommst du immer sofort Feedback für jede Aktion. Hast du eine gute Aktion, pushen die dich. Hast du eine schlechte Aktion, pfeifen die oder nörgeln oder sonst was. Aber das geht die ganze Zeit so rum und deswegen kann man schon sagen, dass man so ein Stück weit süchtig danach ist und egal in welchen Interviews du gehört hast, wenn Spieler gefragt wurden, wie ist es ohne Zuschauer, sagt jeder, ja, du spielst Fußball auch für die Fans, weil das macht das Ganze eigentlich rund. Und deswegen vermisst, glaube ich, jeder aktive Fußballer, ist es von ganz unten bis ganz oben, vermisst die Fans und das ist definitiv Fakt. Es ist so, dass in der dritten Liga, die letzte Saison war mit den Mannschaften ja Wahnsinn, das war ja gefühlt schon mehr als nur eine dritte Liga, das war eigentlich eine zweite Liga 2.0, wenn man es genau nimmt. Jetzt nimmt, wenn man es mal so ein bisschen betrachtet, so zwar die Klanghaftigkeit insgesamt so ein bisschen ab der Teams, allerdings sind da immer noch Zuschauertreiber dabei, also allen voran natürlich der TSV 1860. Das ist Profifußball, Profifußball hat tausende Zuschauer. Wie sieht es denn bei dir aus? Wenn Schweinfurt aufsteigt mit dir zusammen, wirst du noch mal ein richtiger Profi auf deinen, Anführungszeichen, alten Fußballertage oder ist es eine Option, wieder ein bisschen so im Amateurbereich vielleicht sogar ein spielender Co-Trainer zu sein, was du ja schon so ein bisschen mal gemacht hast? Lass uns da mal einen kleinen Einblick geben in deine Planung, wenn es die denn schon gibt. Also die gibt es definitiv. Der Plan sieht wirklich so aus, dass egal, ob wir hochgehen oder nicht, dass ich mit Schweinfurt ziemlich weit bin, dass sie mich jetzt dann auch fest verpflichten, weil bis dato war ich ja nur ausgeliehen von Fürth und ich einfach so viel Bock auf Fußball noch habe, dass ich mir nach wie vor Profifußball auch zutraue, dass ich körperlich in einer guten Verfassung bin und dieser Mannschaft auch jetzt noch helfen kann und ich bin einfach der Überzeugung, auch in der dritten Liga helfen könnte und das habe ich auch in den 2, 2,5 Jahren in Fürth gelernt, dass ich einfach noch zu sehr Spieler bin und dieses Trainerdasein auch mal auf die andere Seite zu gucken, so als Co-Trainer war cool, aber im Nachhinein betrachtet, sage ich, war dieser Schritt für mich selber wahrscheinlich etwas zu früh, weil ich einfach zu viel Fußballer noch bin und deswegen will ich das auch, solange es geht, jetzt genießen und wirklich mich voll und ganz darauf konzentrieren, Profi zu sein. Hast du aber ja schon so viel Blut geleckt, dass du dir eine Trainerkarriere vorstellen kannst, als wenn du halt wirklich nicht mehr aktiv kickst? Ich muss sagen, das Trainerbusiness an sich ist mega spannend, mega interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende des Tages wirklich was für mich ist, Chef-Trainer zu sein, weil ich habe dann doch so eine lockere Art, mit den Jungs auch umzugehen. Das war bei uns eine sehr, sehr coole Mischung entführt, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsch, auch mit Roberto Hilbert zusammen, der dann noch dazu kam. Wir haben den Jungs natürlich auch Feuer gegeben, wenn es sein musste, aber halt auch dieser enge Kontakt, weil ich auch Woche für Woche mit denen auf dem Platz stand und um Punkte gespielt habe, auch so diese gewisse Lockerheit. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht so als Co-Trainer irgendwo zu arbeiten, den Cheftrainer, weiß ich nicht, tue ich mich aktuell noch schwer, aber was ich definitiv weiß, dass ich sehr, sehr gerne in diesem Business bleiben will, also im Fußball bleiben will, in welcher Funktion dann auch immer. Ist ja breit gefächert. Ich meine, wir reden hier von Möglichkeiten eines Profi-Cheftrainers, wir reden von Co-Trainer-Möglichkeiten, wir legen Jugendarbeit, kann ich mir jetzt mein Bauchgefühl bei dir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass du Leidenschaft am Fußball einfach verkörpern kannst. Das hast du ja selbst auf dem Platz auch verkörpert. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Wäre schade, wenn das Fußball-Business den Typen Adlung verlieren würde. Ja, hast du schön gesagt, danke. Ich kann auch mal schöne Sachen sagen. Wir haben es angesprochen, das Bild der dritten Liga verändert sich ein bisschen. Lass uns mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, wie die dritte Liga nächstes Jahr aussehen wird. Runter aus Liga 2 kommen Osnabrück, Braunschweig und die Würzburger Kickers. Braunschweig und Würzburg, die kommen einfach nach einem Jahr Abstinenz quasi wieder zurück. Osnabrück ist ein klangvoller Name. Bremer Brücke, das ist auch ein traditionsreiches Stadion. Ansonsten natürlich der Löwe wieder mit dabei. Ansonsten die alten Bekannten, das sind Saarbrücken, Wehen, Wiesbaden, Verlmannheim, Halle, Zwickau, Magdeburg, Viktoria, Köln, Türke, Tüchü, Kaiserslautern und Duisburg. Und jetzt wird es interessant. Sportlich abgestiegen ist der SV Meppen, aber der wird, so wie es aussieht, in der Liga bleiben, weil der Kfz-Urdingen... Ein Guder für die Liga. Ein Guder für die Liga, ja, so ist das. Ihr habt es mitbekommen, der Kfz-Urdingen, da sind die Probleme doch noch mal größer, als sie eh schon waren. Und da sieht alles nach einem Lizenzentzug aus, beziehungsweise vielleicht sogar die Liquidation der GmbH. Also das, deswegen deutet alles darauf hin, dass der SV Meppen drin bleibt. Finde ich sehr cool. Meppen ist irgendwie, ja, so ein bisschen Pfeffer auch in der Liga. Also wirklich ein bunter Verein, finde ich sehr, sehr spannend. Dann ganz cool. Ich habe da übrigens noch kurz einen Anschlag vor. Adi, wenn das zum Meppen-Spiel kommt und René Guder da noch spielt, kannst du das Trikot mit ihm tauschen und mir dann bitte schenken? Das können wir machen, ja. Wirklich. Wirklich. Mich schreiben so viele Leute an, wenn die die Aufstellung immer von Meppen sehen, dass der da ein Guder spielt. Aber nein, der ist nicht mit mir verwandt. Um das noch mal zu unterstreichen. Glaube ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. Weiß man es? Weiß man es? Frag ihn doch mal bitte. Ich frage ihn mal. Ich frage ihn mal. Ich kenne ja so eine Verrückte, die hat genau den Namen wie du. Richtig. Und du sagst am besten vorm Antiff noch. Genau. Genau. Nein, wir wollten weitergucken. Regionalliga Nordost, und das ist ja richtig kurios. Genau, elf Spieltage auch gespielt. Elf Siege und das reicht dann auch zum Aufstieg für den FC Viktoria Berlin. Passt. Ja. Ja. Effektiv. Absolut. Statement. Kann man so definitiv sagen. Also die Hauptstadt ist auch wieder mit dabei in der dritten Liga. Spielt übrigens nicht im Olympiastadion. Ach so? Das hat sich jetzt entschieden. Ach so. der schon längst geschlossen und abgerissen werden sollte. Da gibt es wohl noch mal eine Verlängerung der Nutzungsbedingungen oder beziehungsweise der darf noch ein bisschen genutzt werden. Das heißt, nächstes Jahr wird dort gespielt. Das ist jetzt echt schade. Ich hätte mich echt gefreut auf ein Auswärtsspiel im Olympiastadion mit 25.000 Löwen-Fans. Sonderzug nach Berlin. Sonderzüge nach Berlin. Ich sag mal, bei 10.000 Fans kommen auch in den Jahnsportpark. Wie groß ist der? So what? Ich glaube, knapp 20.000. Ach so. Okay. Ja gut. So klein ist der. Mach mal voll. Dann eine aus meiner Sicht etwas traurige Geschichte. Denn Sascha Mölders kann nicht noch mal gegen seinen alten Herzensverein spielen. Tobias Essen hat es nicht geschafft, Borussia Dortmund 2 noch abzufangen. Aber grüner Tisch. Also aus dem Westen. Ja, genau. Das ist jetzt eben die Geschichte. Da gibt es noch einen Einspruch. Also sportlich heißt der Aufsteiger Dortmund 2. Da gibt es aber noch ein Gerichtsverfahren. Denn Essen möchte das nicht so ganz zulassen. Wegen dem Einsatz mancher Profispieler und gewisser Quarantänebestimmungen. Wobei sowas noch nie erfolgreich war, leider. Ist das jetzt in der dritten Liga immer ein Verfahren zu starten? Da gibt es ja mehrere, die das immer machen, oder? Es ist ja nicht so, dass Schweinfurt nicht auch schon mit sowas Erfahrungen machen musste in der Vergangenheit in Sachen Pokalqualifikation. Das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr. Naja, auf alle Fälle sportlich gesehen, auf alle Fälle Dortmund 2 nach oben. Eine zweite Mannschaft in der dritten Liga, das gefällt uns einfach nicht. Bayern 2 ist runtergegangen, da war die Hoffnung, na, vielleicht bleibt die Liga dann doch Zweitmannschaften frei. Nein, der SC Freiburg 2 aus Südwest hat es auch geschafft. Das heißt, im Normalfall, wenn alles sportlich wirklich auch so geht, dann haben wir nächstes Jahr mit Freiburg und Dortmund zwei Zweitvertretungen in Liga 3 und dann eben das Duell Schweinfurt gegen Habelse. Und wir sagen einfach, Schweinfurt geht hoch. So einfach ist das. Unterschreibe ich. Bevor wir in den Löwenkosmos gleich eintauchen, Adi, zweite Mannschaft in der dritten Liga, wie sieht das ein Daniel Adlung? Ja, das ist immer sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich sage, für so Vereine wie die Roten einer sind, macht es eventuell noch Sinn, wie man letztes Jahr auch gesehen hat. Freiburg ist das erste Mal dabei, Dortmund war, glaube ich, schon mal dabei. Dortmund, ja, die können sich das auch leisten, aber ist es wirklich sinnvoll oder denkt man nicht vielleicht irgendwann auch mal darüber nach, wie es in Spanien ist, in England ist oder eher, glaube ich, in England, weil in Spanien dürfen die sogar, glaube ich, in der dritten Liga auch mitspielen, oder sogar zweite Liga. Aber in England zum Beispiel so eine eigene Liga zu machen, natürlich ist es mit einem hohen Kostenaufwand verbunden und nicht jeder Bundesligist hat auch noch eine zweite Mannschaft, aber es wäre schon mal interessant, einfach diesen Vergleich zu starten und ja, du nimmst halt anderen Vereinen, auch Traditionsvereinen wie jetzt im Westen mit Essen, wie cool wäre das? Also ich habe das Vergnügen gehabt, wirklich dort noch Zweitliga-Fußball auch zu spielen mit Fürth und die Stimmung dort ist halt gigantisch und es sind Traditionsvereine und wenn man in die ganzen Ligen guckt, in die Regionalligen, da schwimmen ja noch einige mit, die mehr zu suchen hätten, glaube ich, in einer dritten Liga wie vielleicht eine Zweitvertretung, aber man muss auch Respekt zu den Vereinen sagen, die es dann sportlich schaffen, weil als zweite Mannschaft, wo meistens wirklich sehr, sehr viele Junge spielen, also fast nur Junge spielen, das sportlich zu schaffen, muss man schon auch sagen, haben sie sich dann auch verdient, egal wie man das als Fußballfan sieht oder als, ja so mit bisschen Nostalgie, sportlich haben sie es definitiv verdient. Deswegen drücken wir auch Schweinfurt die Daumen, das wäre nämlich die Rückkehr in den Profifußball, also beziehungsweise in die Drittklassigkeit seit der Saison 2003, 2004, also nur mal, um mal die Tragweite das Ganze auch noch mal zu beleuchten, also, ja, Schweinfurt wäre eine Reise wert. Gut, tauchen wir ein. Am 12. Juni die Reise wert. Ja, die ist immer eine Reise wert. Franken ist immer eine Reise wert. Und schon grinst Daniel Adlung. Ja, natürlich grinst der Reise, klar. Natürlich. Dann, wo wollten wir hin? Wollten in den Löwenkosmos eintauchen, endlich mal. Und da haben wir auch eine Social Media Frage bekommen. Adi, was ist dein schönster Löwenmoment gewesen? Dann sind wir schon mittendrin wahrscheinlich. Boah, der schönste Löwenmoment, also ich muss sagen, ich hatte eine mega coole Zeit, die vier Jahre in München und da gab es so einige schöne Momente, aber ich glaube, der Moment, der die größte Erleichterung oder insgesamt das Schönste an sich mitbringt, war natürlich die Relegation gegen Kiel. Also der Sieg dann in der Nachspielzeit, ja, das war so der Glücksmoment schlechthin, sag ich mal. Aber in der Zeit, wo ich da war, waren schon sehr, sehr viele coole Momente auch dabei. Bei den coolen Momenten müssen wir auf ein Spiel auch noch reinkommen und das war auch in derselben Saison, Adi. Das war kurz davor. Das war kurz davor und da baue ich jetzt dem Alex die Brücke, weil der hat dieses Perlstück nochmal herausgezogen. Ich war da sogar im Stadion bei dem Spiel. 33. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg. Adi, du warst Spieler des Spiels laut Kicker, hast ein Tor geschossen, Elfmetertor und eins vorbereitet. Guillermo nicht direkt abgestiegen ist, sondern in die Relegation gegangen ist. Und da hat Anja jetzt ein interessantes Detail ausgegraben. Ich bin mir sicher, Daniel, du hast aber auch noch, also du hast eins vorbereitet, eins geschossen und ich glaube, du hast damals auch noch eins wegdiskutiert. Ich glaube, ich war schon daran beteiligt, dass nach den, keine Ahnung, gefühlt zwölf Minuten Unterbrechung das Tor dann nicht anerkannt wurde. du warst schon sehr weit vorne. 86. Minute war das. Ausgleich durch Nürnberg, 2 zu 2 und dann gab es ewig lange Diskussionen. Du sagst es, im Stadion war das, keiner hat gewusst, was war jetzt eigentlich oder wieso wird da so lange diskutiert und dann wird nach zehn Minuten das Tor zurückgenommen. Also das war krass, weil Remi hätte bedeutet, dass du wahrscheinlich absteigst. Ja, definitiv. Und was hast du zum Schiedsrichter gesagt, dass es am Ende nicht so gekommen ist? Das würde mich jetzt interessieren. Boah, das kann ich dir nicht mehr genau im Wortlaut sagen, aber ich glaube, in den Momenten versuchst du einfach alles so ein bisschen denen auch gut zuzusprechen, dass sie so ein bisschen auf deine Seite kommen. Ja, insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, warum sie das Tor dann aberkannt haben oder ja, einfach sich dafür entschieden haben, dass das Tor nicht zählt, weil ich glaube, so viel konnte man in den Zeitlupen damals auch nicht sehen. Vielleicht mit Kölner Keller, Videobeweis, hätte sich das schneller aufgedeckt oder auch nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben das damals natürlich dankend angenommen und ja, hat anscheinend geholfen. Hat anscheinend Beteiligt an drei Toren, das ist natürlich Spieler des Spiels. Vielleicht auch deshalb, vielleicht auch deshalb. Kurioserweise, der Referee damals hat vom Kicker die Note 6 bekommen. Ja, spricht nicht für ihn. Aber wie gesagt, es gab den Adi-Beweis und damit wurde der Grundstein auf die Relegation gelegt, in der du ja auch einen ganz wichtigen Punkt gemacht hast, nämlich den Ausgleich, den Späten und das war eine Initialzündung, weil davor habt ihr euch richtig, richtig schwer getan. Kiel, ein extrem unangenehmer Gegner gewesen. Die Kulisse natürlich mit fast 60.000 Zuschauern auch noch etwas, was natürlich wahrscheinlich nochmal on top Druck aufbaut. Aber was mir an diesem Spiel aufgefallen ist, man hat bei jedem auch den Druck gesehen natürlich, dass man da nicht befreit aufspielen kann in so einer Situation, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Aber gefühlt war es so, Daniel Adlung, denn der lässt es einfach gar nicht erst zu, dass hier heute eine Katastrophe passiert. Du bist mit dem Druck relativ gut umgegangen. Kann man sagen, Daniel Adlung, liebt Druck? Definitiv. Also ich mag solche Spiele, die einfach eine Entscheidung herbeiführen. Natürlich auch die während der Saison, aber das ist schon was ganz Besonderes und ich glaube, dass ich da ganz gut druckresistent auch bin und ja auch in dieser Saison gezeigt habe, dass ich vorne wegmarschieren kann und auch wollte und will nach wie vor. Ja, es war Wahnsinn, also was in der Saison auch alles passiert ist, wie es erstmal dazu kam und diese ganzen Frotzeleien, sag ich mal, die so tagtäglich überall kursiert sind durch München und durch Deutschland, das war schon Wahnsinn und deswegen haben wir am Ende des Tages, glaube ich, was, glaube ich, Kai auch schon in dieser Folge 4 gesagt hat, ja, dass wir da als Team einfach zusammengewachsen sind und das war ein sehr, sehr großer Verdienst von dem Beteiligten, die am Ende des Tages wirklich das Sagen hatte, ja, weil wir einfach dann am Ende eine coole Truppe waren in diesen beiden Spielen und ja, wie du vorhin gesagt hast, auch bis zu dem 1-1, glaube ich, war das Spiel, boah, schon sehr schleppend, auch wie in Kiel schon, das war nicht schön anzuschauen und Kiel, wenn man sagt, ob eine Mannschaft besser war, glaube ich, muss man fairerweise sagen, dass Kiel noch etwas gefährlicher war wie wir, wobei wir in dem Rückspiel, glaube ich, die ersten 4, 5, 6 Minuten, also wirklich nicht lange, aber da sind wir, glaube ich, gut reingekommen und dann war so ein Bruch im Spiel, von jetzt auf gleich und dann hat Kiel auf einmal so dieses Zepter in die Hand genommen, ohne wirklich gefährlich zu werden, aber sie hatten mehr Spielanteile und dann, glaube ich, kam so von allen Seiten dieser Druck, der dann auch spürbar war und vielleicht beginnst du auch unterbewusst so ein Stück weit zu zweifeln, boah, klappt es heute, klappt es nicht und ja, dann, glaube ich, musst du deinem Mann stehen und da ja auch durchgehen und da hatten wir, Gott sei Dank, einige Typen in der Mannschaft, die da auch durchgegangen sind und ja, am Ende des Tages haben wir es erfolgreich gestaltet und sind in der Liga geblieben. War einer von euch zwei anderen in Kiel? In Kiel? Nein. Ich war in Kiel, ich war in Rom, habe mir eingewildert, ich muss da den Papst besuchen und habe für 60 mir gewünscht, dass sie nicht runtergehen. Ich glaube, das habe ich dir damals auch geschrieben, Adi. Da dämmert mir was. Da dämmert mir was. Und da, ja, ich habe gesagt, ich habe den Grundstein gelegt und dann bin ich direkt nach Kiel geflogen und es hat nur geschüttet. Es war einfach so furchtbar. Überall waren Paletten und ich habe mir nur gedacht, nein, die dürfen da nicht hochgehen. Die legen nur Paletten in den Schlamm. Auf gar keinen Fall. Dann hatten sie zu wenig, zu wenig, ähm, Journalisten akkreditiert. Dann mussten mein Kollege, der Baumi und ich im strömenden Regen in die Kurve, also nicht, dass wir schlimm fanden oder so. Aber ich war danach drei Wochen krank, glaube ich. Aber davor, danach hast du erstmal... Das ist meine Erkenntnis. Danach war ich noch in Hamburg in der Schaukel zum Feiern mit 60 Fans. Aber danach war ich noch... Aber im Rückspiel hat es noch gereicht dafür, um ein Jubelvideo zu versauen, hätte ich jetzt fast gesagt. 40,5 Fieber hingegangen zu dem Spiel. Deswegen dieses schräge Kreischen, das erklärt einigen. Ja. Ich hatte auch in der Nacht dann die Wunderheilung an der Bar. Also wisst ihr, das war einfach Wunderheilung da. Da ging es mir dann einfach wieder gut. Was wieder mal die Theorie befeuert, dass Alkohol in einer hohen Konzentration auch Viren abtötet. Ich glaube, das hat alles abgetötet in dieser Nacht. Auf alle Fälle, was ich sicher weiß, Alex und ich kannten uns damals noch nicht, aber wir haben beide mehrere blaue Flecke davongetragen, weil wir erstens nach dem Ausgleich von Adi unfassbar gejubelt haben und zweitens nach dem 2-1 glaube ich fünf Reihen weiter unten wieder zum Stehen gekommen sind. Würde ich jetzt mal so schätzen. Das war krass, ja. Adi, kannst du eigentlich auch so gut rappen wie Kai Bülow? Nee, das überlasse ich dem Kai lieber. Dachte ich mir schon. Warst du an der Konzeption, dass Gassenhauers damals beteiligt Bülow, 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 Kai Bülow? Ich glaube, dass Moritz Stoppelkamp und ich als alte Zimmerkameraden so das Ganze, den ganzen Stein so ein bisschen ins Räumen gebracht haben, weil wir hatten mal eine Phase, wo wir so ein bisschen unter die Dichter gegangen sind, haben da einige Lieder komponiert und bei Kai Bülow hat es einfach so sensationell gepasst und wir dieses Lied auch fast immer vor den Spielen gehört haben. Ja, und dann ist es entstanden irgendwann und ja, wie Kai ja auch in Folge 4 schon verraten hat, ist es nach wie vor so, dass wenn dieses Lied irgendwo mal in einem Club läuft oder sonst was, immer mindestens eine Sprachmemo an ihn geschickt wird. Der hat sich so eingebrannt. Ich glaube, dieses Lied für alle, die damals dabei waren, wird immer mit Kai Bülow laufen. Apropos Lieder. Ich meine, dass es keine Best-of-CD gibt. Apropos Lieder über Fußballer. Da haben wir was. Das macht gerade bei Social Media die Runde. Sascha Mölders hat ein Lied auf sich produziert, sozusagen. Ob man das produziert nennen kann? Es ist super. Er hat produziert. Nehmen wir es produziert. Ich bin ready. Hören wir mal rein. Wer hängt am Berg von Giesing fest? Sascha Mölders. Wer trinkt das Weißbier frisch gepresst? Sascha Mölders. Wer hat Salat so wie die Pest? Sascha Mölders. Und wer ist beim Make-A-Special-Guest? Sascha Mölders. Sascha Mölders. Ach so. Und wer ist bei Jogi nicht gesetzt? Ich. Und das ist mir unbegreiflich. So eine Scheiße. Kannst du es fassen, Adi? Ich kann es nicht fassen. Aber hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Also wir haben ja auch die letzten Folgen immer darüber ein bisschen gequatscht. Und auch uns... Ja, es war schon sehr humorvoll. Stell dir vor, Thomas Müller und Sascha Mölders in der Spitze für Deutschland. Die quatschen doch alles nieder. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die beiden alles niedergequatscht hätten. Aber wie ich auch... Folge 5, glaube ich, war es. Ich bin so ein bisschen informiert. Du bist jetzt dran, gell? Wo ihr darüber diskutiert habt. Ich sage, wie geil wäre das eigentlich mal gewesen, dass du wirklich den Torschützenkönig der dritten Liga auch nominierst. Warum nicht? Ich mag den Sascha. Ich glaube, auch als Typ wäre es sensationell für die Nationalmannschaft gewesen, dass er dabei gewesen wäre. Aber ich glaube, sowas gab es noch nie. Also in Deutschland schon gar nicht, weil wir einfach zu viele Spieler in der Spitze haben. Auch im europäischen Fußball, dass du dann auf einen Drittliga-Torschützenkönig zurückgreifst. Aber wenn wir aufpassen und durch die Straßen in Bayern gehen, dann finden wir zwei Deutschlandtrikots. Oder vielleicht sind es auch drei, auf denen die Nummer 9 steht mit Mölders. Hm, wir haben Fotos bekommen. Ja. Es gibt sie. Es gibt sie. Vielleicht sind wir ein ganz klein bisschen auch dran schuld. Hashtag Mölders muss mit. Ich glaube, dass ihr euren Teil dazu beigetragen habt. Ja, definitiv. Vielleicht, weil wir gerade bei Sascha Mölders sind. An was erinnerst du dich noch gerne zurück? Ihr habt ja dann doch noch ein bisschen zusammengespielt bei den Löwen. Also Sascha ist ein sensationeller Typ. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm und seiner Familie eine Woche Kreuzfahrt auf der AIDA auch mitzuerleben. Und ich sage mal so, es war feuchtfröhlich die Woche. Ja, war sensationell. Wie gesagt, Sascha ist ein, abgesehen von seinem sportlichen Wert, ist er, glaube ich, menschlich sehr, sehr viel wert für jede Mannschaft, in der er gespielt hat. Und das siehst du auch jetzt, was er für eine Strahlkraft nach wie vor hat, auch nach außen hin. Und er zieht eben sehr, sehr viel auf sich und konnte jetzt natürlich dieses Jahr auch mit Leistung und mit Thorn wieder so abliefern, dass ihm die Leute das immer abkaufen. Also er ist eine ehrliche Haut. Er sagt geradeaus, was Sache ist und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Was ziemlich cool ist, muss ich sagen, und das rechne ich ihm hoch an. Aber in seinem Alter so abzuliefern, ja, ist einfach, gebührt sehr, sehr großen Respekt. Und ja, mich wundert es nicht, weil er macht sich keine Platte. So, er zieht sein Ding durch, gnadenlos. Und so war er, glaube ich, immer. So ist er seine ganze Karriere über sehr, sehr gut gefahren. Und das siehst du jetzt immer noch. Habt ihr noch Kontakt? Wir haben noch Kontakt, ja. Wird es dir nicht schmecken, der Vorlagengeber für Sascha Mölders nochmal zu sein? Also ich finde, Sascha Mölders steht dieses blaue Trikot wirklich gut. Aber es gibt einen Spieler auf der Welt, dem steht es noch besser. Und der ist Daniel Adlung. Sehr, sehr gut gesagt, Anja. Ich danke dir. Nein. Ich habe dieses Trikot in den vier Jahren, wo ich in München war, immer mit Stolz getragen. Weil dieser Verein einfach, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich hatte das Vergnügen auch, frühzeitig über die Nationalmannschaft einige Jungs von den Löwen kennenzulernen, die damals noch in der Jugend waren. Mit Fabi Johnson zum Beispiel. Mit dem bin ich immer noch in Kontakt. Und das verbindet einen auch. Er hat mir damals Trikots oder Sachen mitgebracht. Von 60 haben wir immer so ein bisschen getauscht. Und da hatte ich das auch in meiner Jugend schon an, ohne zu wissen, dass ich irgendwann mal für diesen Verein spielen darf. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar und behalte trotz des unschönen Endes meine Zeit einfach in sehr, sehr positiver Erinnerung. Und deswegen, wenn die richtigen Leute anrufen würden, müsste man zumindest darüber nachdenken, das blaue Trikot nochmal rüber zu streifen. Gut, mit der Antwort kann ich leben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der ein oder andere, der an der Grünwalder Straße arbeitet, in diesen Podcast vielleicht reinhört. Möglich wäre es ja. Also der Löwe in dir schlummert auf alle Fälle noch, Adi. Ja, natürlich nach wie vor. Meine Tochter ist in München auch geboren. Ich sage ihr auch immer, weißt du eigentlich, dass du ein Löwe bist? Sagst du, warum Papa, warum bin ich ein Löwe? Ich so, ja, weil du bist in München geboren und du bist blau, definitiv. Ja, ihre Cousine war sogar im Stadion bei dem Spiel gegen Nürnberg. Nürnberg tatsächlich, da war sie noch kleiner, da war sie ungefähr zwei, zweieinhalb, so was, glaube ich. Und da war sie im 60-Trikot mit Kopfhörern und voller Montur im Stadion. Und da haben wir natürlich auch Bilder und das hat sie auch gesehen. Deswegen, ja, kann sie so ein bisschen was damit verbinden und wäre natürlich eine coole Sache, wenn dann wieder Zuschauer erlaubt sind und wir in der dritten Liga spielen, auch wenn es gegen 60 ist, dass sie das mal mit aufsaugen kann. Als Vater hast du das ja auch in der Hand, was für ein Fan sie wird. Das kannst du ja, das kannst du schon steuern. Noch, ja. Ich habe das auch gelernt. Glaube ich dir, aber es kommt dann, glaube ich, auch an oder darauf an, in welcher Region du groß wirst. Auch in München, glaube ich, was man so von ehemaligen Kollegen gehört haben, deren Kinder dann plötzlich nach Bayern-Trikots fragen, weil einfach, ja, in der Schule, keine Ahnung, alle im roten Trikot rumlaufen und einer dann im blauen und der wird dann gemobbt oder sonst was. Ja, es ist schade, dass du, dass vielleicht auch Kinder nicht mehr so frei wählen können, von wem bin ich eigentlich Fan. Natürlich wirst du von zu Hause gesteuert und gebrieft, aber vielleicht verliert dann der eine oder andere auch den Mut dazu, ja, das blaue Trikot weiter mit Stolz zu tragen. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das überall, nicht nur jetzt in München, sondern überall, glaube ich, so geprägt ist. Ja, das ist ja so ein Phänomen, dass du meinetwegen, wenn du in Hessen wohnst, in Kassel, um jetzt irgendwann was zu sagen, wie viele tragen da ein Trikot des lokalen KSV Hessen? Viel zu wenige leider. Die wenigsten, ja. Ja, du hast es gerade gesagt, U21 Europameister 2009. Du hast zwar kein Spiel gemacht, warst aber natürlich dabei und spätestens seit der WM 2014 wissen wir, wie wichtig auch Spieler sind, die nicht zum Einsatz kommen, weil das gesamte Team hat ja seinen Anteil dran. Du musst ja auch die erste Elf pushen. Und da hast du mit extrem namhaften Spielern ja zusammengespielt. Manuel Neuer, Andreas Beck, Benedikt Höwedes, Jérôme Boateng, Dennis Aogo, Sami Khedira, Mesut Özil, Sandro Wagner, Fabian Johnson, der Löwe, Mats Hummels, Marcel Schmelzer. Und jetzt natürlich die ganz große Frage, warum hat es nicht für die Karriere in der A-Nationalmannschaft gereicht? Puh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil im Fußball oder im Profifußball gehört sehr, sehr viel Glück dazu. Nicht nur reines Talent oder Wille oder sonst was, sondern es ist so eine große Komponente aus allem. Und in dem Jahr, wo wir Europameister wurden, bin ich das Jahr davor mit 19 nach Wolfsburg gewechselt. Hab davor 74 Zweitligaspiele für Fürth gemacht. Bin dann nach Wolfsburg gekommen, hab da zu einem Zeitpunkt unterschrieben, wo Wolfsburg, glaube ich, irgendwo im Niemandsland der Bundesliga war. Und zum Beispiel ein Marcel Schäfer, ein Sascha Rieter, ein Christian Gentner und wie sie alle heißen, gespielt haben. Und es waren sehr, sehr viele junge Spieler, die davor auch in der zweiten Liga gekickt haben und da etwas aufbauen wollten. Deswegen habe ich mich relativ frühzeitig für Wolfsburg entschieden. Und mit meiner Unterschrift, mit dem Rückrundenstart, hat Wolfsburg gefühlt jedes Spiel gewonnen und haben sich für den UEFA Cup damals qualifiziert. Und haben dementsprechend dann so nachgeladen, weil sie einfach die finanziellen Mittel durch VW auch hatten. Haben zwei Weltmeister geholt von 2006, Italiener. Haben Misimovic vom Klub geholt. Haben zwei, drei Jungs aus Brasilien geholt für sehr, sehr viel Geld. Und plötzlich war dieser Kader von Felix Magath mit irgendwas 45 Mann bestückt. Und ich habe auch leider in der Meistersaison in Wolfsburg keinen Einsatz bekommen, außer im Pokal. Weil es einfach sehr, sehr schwierig war, als junger Spieler dort dann noch Fuß zu fassen. Und ja, das hätte auch alles anders laufen können. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Karriere und sehr dankbar dafür, was ich alles erleben durfte und mitmachen durfte. Und ich glaube, ich muss mich nicht verstecken mit meiner Vita, die ich habe, aber nichtsdestotrotz hätte vielleicht eine Unterschrift oder ein Trainer oder irgendwas hätte der Ausschlag dafür sein können, dass ich vielleicht 2010 auch in Südafrika mitspiele und bei der EM 2009, U21 vier Spiele gemacht hätte und meinen Teil dazu beigetragen hätte, den ich auch so für mich selber sehe. Weil, wie du vorhin gesagt hast, es gehört immer das gesamte Team dazu, aber eben nicht auf dem Platz. Und deswegen, ich traue dem Ganzen nicht nach, sondern ich bin sehr, sehr happy, dass ich mit diesen Namen, die du eben vorgelesen hast, auch mal in derselben Kabine sitzen durfte. Das war auch nur natürlich scherzhaft gemeint, falls man hier jetzt nicht rausgehört hat. Nein, nein, nein. Alles cool, alles cool. Außerdem wärst du sonst nicht hier, Adi. Richtig. Deswegen bin ich auch ganz zufrieden. Wer weiß, ob du sonst den Löwen-Kosmos kennengelernt hättest. Ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Wenn er 60 in der Champions League gespielt hätte und ich als A-Nationalspieler nach München gekommen wäre, dann hätten wir uns halt auch so kennengelernt. Weiß man nie. Weiß man nie. Also gefühlt war es Champions League. Ja. Absolut. Die Interviews waren immer Champions League. Oh ja. 117 Spieler hast du über 60 gemacht, 12 Buden, 18 Assists. Das ist schon auch eine ganz schöne Bandbreite. Das muss man natürlich auch sagen. Das Ende, wir haben es angesprochen, das war dann leider dann doch der Abstieg dann in diesem Katastrophenjahr, dieses Chaotische. Da hätten wir uns, glaube ich, alle ein schöneres Ende vorstellen können. Dann hast du aber einen sehr, sehr interessanten Step noch gemacht. Und das ist, ja, ich sag mal nicht alltäglich, denn du bist nach Australien gegangen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Land, an das man sofort denkt als Fußballfan. Andererseits weiß man auch die Nationalmannschaft von den Australiern. Sie sind eigentlich immer total sympathisch. Und irgendwie sind die immer dabei. Und reißen auch immer wieder irgendwas. Kannst du uns mal mitnehmen nochmal, bevor wir dann langsam aber sicher die Gläser heute austrinken bei dieser Stammtisch-Episode, was damals den Ausschlag gegeben hat, was so deine Gedanken waren und vielleicht auch die Erfahrungen, was du da aus deiner Zeit aus Down Under mitgenommen hast, aus Adelaide. Also die Erfahrungen, muss ich sagen, ich würde es jederzeit wieder machen, weil das war einfach sensationell, dort leben zu können, arbeiten zu können und, ja, einfach dieses Land kennenlernen zu dürfen. Das war eine perfekte Entscheidung zu dem Moment, was ausschlaggebend war. Nach dem Abstieg war mein Vertrag damit nichtig in München. Und, ja, ich habe mir dann einige Sachen angehört, aber es war nichts dabei, was mich jetzt so gereizt hat, dass ich sage, boah, da will ich unbedingt hin. Zu dem Zeitpunkt ist meine Tochter auch zur Welt gekommen, war damals gerade gefühlt zwei Monate alt oder anderthalb Monate alt. Und dann kam eben dieser Kontakt zu Adelaide zustande und zwar über Paul Agostino, auch einen ehemaligen Ex-Löwen, der mir gesagt hat, dass Marco Kurz und Philipp Tapalovic jetzt in Adelaide tätig sind und sie mal nachhören wollten, weil mein Vertrag ausgelaufen ist, wie es bei mir aussieht, ob ich mir das vorstellen könnte. So, mit einem zwei Monate alten Kind und der Familie nach Australien zu ziehen, habe ich erst mal gesagt, tut mir leid, ich kann es mir vorstellen, rein sportlich, aber es ist mein erstes Kind. So, ich kenne mich null aus. Wir müssen erst mal selber klarkommen, so insgesamt, wie das alles abläuft. Und wir sind sehr, sehr lange im Kontakt geblieben und ich bin dann wirklich, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen vor Saisonstart nach Australien gewechselt, weil ich einfach gesagt habe, der Reiz ist zu groß, sowas mal mitnehmen zu können und wer weiß, ob diese Chance noch mal jemals wiederkommt. Und das war gut, weil du hast Abstand zu dem Ganzen gewonnen, du hast auch einfach mal diesen Alltag, sage ich mal in Anführungsstrichen, was ich jahrelang hatte, zweite Liga in Deutschland, hinter dir lassen können und ja, wie gesagt, die Erfahrung, ich würde es jedes Mal wieder genauso machen, jetzt im Nachhinein betrachtet und würde immer wieder nach Australien zurückgehen. Das ist sehr, sehr spannend. Es gab ja auch, Thomas Bräuch hat da unten auch nochmal eine große Karriere damals hingelegt gehabt. Also, wie würdest du denn die A-League da unten einschätzen? Jetzt einfach so vom Bauchgefühl. Wo würdest du, wenn wir jetzt sagen würden, leistungsmäßig, dass wir so einen kleinen Vergleich haben, Also, ich sage, die Top-Vereine in Australien könnten eventuell in der zweiten Liga mitspielen. Die meisten Vereine könnten irgendwo so unteres Drittel, Mittelfeld, dritte Liga dabei sein. Man muss einfach sagen, dass Australien im Fußball so weit hinterher hinkt, weil Fußball hat bis vor acht bis zehn Jahren dort niemanden interessiert. Das ist nach wie vor Sportart Nummer sechs, fünf, sechs, sieben, sowas, würde ich sagen. Das ist alles am Wachsen. Die haben keine Nachwuchsleistungszentren, die haben überhaupt keine Jugendmannschaften wie bei uns jetzt, sondern weil dieses Land einfach so riesig ist, spielt wirklich jeder erst mal in dieser regionalen Liga, sage ich jetzt mal. Und selbst da sind die noch unterteilt und kommen dann erst wie bei uns in eine zweite Mannschaft, Youth Team heißt es, oder Youth League heißt es Ganze, da kommen die erst eigentlich zu diesen Profivereinen. Und deswegen muss man dem Ganzen schon Respekt zollen, dass auch die Nationalmannschaft immer wieder erfolgreich bei Turnieren dabei ist und immer wieder für Fauron auch sorgt, weil aufgrund der Ausbildung hinken die einfach noch mindestens zehn Jahre dem europäischen Fußball hinterher. Spannend, sehr, sehr spannend. Was auch immer spannend bei uns in den letzten Wochen war, und da komme ich jetzt zu Alex, das waren seine Allstars. Wir sind noch einer Auflösung schuldig und dann hat der Alex noch eine kleine Ankündigung zu machen, glaube ich. Ja, also wir haben uns entschieden, dass wir den Alex Allstars mal in der Sommerpause lassen. Zur neuen Saison geht es dann wieder los mit den Rätseln, aber das letzte Rätsel der Saison müssen wir noch auflösen. Adi darf gern mitraten. Es gibt immer drei Hinweise auf einen ehemaligen Löwen und die Hörer dürfen dann raten und auflösen und tun das auch immer sehr zuverlässig. Also es gab noch keinen Alex Allstar, der nicht gelöst wurde. Mein Alex Allstar, den ich in der letzten regulären Folge der Saison zum Rätseln aufgegeben habe, hat mit 27 Jahren seine Karriere beendet, ist einmal ohne Fußballschuhe zu einem Auswärtsspiel mitgefahren bei den Löwen und hat das dann erst vor Ort gemerkt, dass er die Schuhe nicht dabei hatte. Und er ist der einzige Spieler aus seinem Heimatland, der je für 60 gespielt hat. Ich glaube... Adi, möchtest du lösen? Boah, das ist... Leicht vor deiner... Ganz, ganz leicht vor deiner Zeit bei 60. Ich glaube, ein oder zwei Jahre davor. Ich hätte einen im Kopf, aber ich bin mir nicht... Also ich kenne ihn nicht, weil wenn es vor meiner Zeit war, dann könnte es vielleicht dieser Cousin von Messi, kann das sein? Nee. Aber der hat mit ihm... Ehrlich gesagt habe ich jetzt die Daten nicht mehr genau im Kopf, waren er bei 60. War 2008 bis... Die habe ich. Super, Flo. Fakten, Flo schlägt zu. Fakten, Flo schlägt zu. Der gesuchte Alex Allstar spielte von 2006 bis 2011 bei 60. So lange? Okay, krass. 87 Spiele hat er gemacht. Gut, dass er in der Zeit nur einmal seine Schuhe vergessen hat. Richtig. Sein Heimatland ist, Flo? Georgien. Das ist richtig. Und er hat seine Karriere mit 27 beendet. Flo, da muss man jetzt auch helfen. Er hat nämlich zum Schluss auf der Halbinsel Krim gespielt. Beim FK Sevastopol. Genau. Und dieser Verein ist im Zuge der Krim-Krise aufgelöst worden. Und dann hat Matej Vignanice, der Alex Allstar, gesagt, er... Ja, wenn der Verein aufgelöst wird, dann will ich auch nicht mehr. Und dann löse ich meine Karriere auch auf. Er hat ein dickes Auto immer auf der Leopoldstraße. Ich habe da auch eine Geschichte zu ihm. Oder das Gossip. Ich war als kleiner Junge, da war ich 14, 13, 14, als die Löwen mal in den überragenden Saisonstart hingelegt haben. 6 zu 2 ging Augsburg, dreimal die Salvo, die Älteren werden sich erinnern. Und da sind wir irgendwann, das waren Sommerferien, mein Papa und ich und meine Schwestern damals noch sehr, sehr klein ans Trainingsgelände gefahren. Und alle haben professionell trainiert. Und als wir dann wieder rausgefahren sind aus dem Trainingsgelände, kommt uns Martig Wiener Nietzsche am Bürgersteig entgegen mit einem Eis in der Hand in Zivil. Der hat es offenbar nicht für nötig gehalten, da zu trainieren. Alle anderen waren dabei. Der hat sich ein Capri-Eis reingezogen. Der hat doch wieder die Schuhe vergessen. Wahrscheinlich. Die Schuhe beim Auswärtsspiel vergessen, deswegen daheim nicht trainieren können. Der mochte auch Münchens Nachtleben sehr gerne. Da gibt es auch ein paar Geschichten. Ich erinnere mich auch an irgendeinen Abend, wo der an irgendeiner Balustrade stand und quasi den König des Clubs gemimt hat. Aber keine Ahnung, ich bin in den Club gekommen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich sehe nichts. War auch, glaube ich, mehrmals suspendiert, weil er eben wieder sich am Wochenende irgendwas geleistet hat. Er war halt ein Lebemann. Ich glaube, Ewald Lienen hat ihn dann endgültig vom Hof gejagt. Nach einer sehr langen Zeit. Ich war jetzt überrascht, dass er so lange bei den Löwen war. Das hatte der Ewald aber sicherlich schon länger auf dem Zettel. Sehr gut, sehr gut. Das ist, ja, nicht schlecht, Daniel. Ja, stark. Gerne, gerne. Wo wir gerade bei schlechten Witzen sind. Ich würde gerne den Folgentitel noch präsentieren. Den hätte ich gerne auch gerade präsentiert. Aber der ist, und ich glaube, auch Adi wird er gefallen. Es gab ja diesen... Weil wir waren ja heute auch schon bei Songthemen. Stimmt. Wir waren schon in der Musikrichtung und Adi, wir haben den perfekten Titel für diesen. Es gab ja mal den Löwentorwart, Meistertorwart, Peter Radenkovitsch, der hat einen Song gemacht, Binni Radi, Binni König und ich würde die Folge gerne Binni Adi, Binni König nennen. Das passt doch wunderbar, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Gefällt mir. Sehr schön. Das ist noch nicht so. Ich bastel dir jetzt so eine Krone und die schicke ich dir dann als Paket. Okay, aber nicht die vom Burger. Nein. Nein, ich bastel die selber. Okay, okay. Adi, wir wollen ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du vorbeigeguckt hast beim Löwenstammtisch bei der Folge Nummer 13. Definitiv keine Unglücksfolge, denn es hat megamäßig viel Spaß gemacht und wir zurren fest. Schaffst du mit Schweinfurt 05 den Aufstieg, dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder hier und dann berichtest du uns über die Feierlichkeiten. Ist das ein Deal? Das ist auf jeden Fall ein Deal. Ich bedanke mich auch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und war cool, ja, an diesem coolen Podcast mitarbeiten zu dürfen. Dankeschön. Danke, Adi. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich sage natürlich auch Danke an Anja und Alex, das Inventar und der Alex winkt mir nochmal zu. Ich sage auch Danke, Flo und ich habe noch einen kleinen Hinweis für unsere Hörer. Wir sind schon ein paar Mal gefragt worden, ob man uns denn finanziell unterstützen könne. Wir machen das, das Giesinger Bergfest ist ein Herzensprojekt von uns, wir machen das nicht wegen Geld oder so, aber natürlich kostet es den einen oder anderen Euro, die Infrastruktur aufzubauen und so. Wie gesagt, da gab es jetzt ein paar Nachfragen, ob wir denn bereit wären, finanzielle Unterstützung anzunehmen. Und natürlich wehren wir uns nicht dagegen und haben uns jetzt Gedanken drüber gemacht und auf unserer Webseite zwei Möglichkeiten eingerichtet, uns zu unterstützen. Einmal per Paypal, einmalig könnt ihr, wenn es ein Euro ist, ist es auch ein Euro. Also wir sind da. Und wenn es 1860 Euro sind, dann sagen wir auch nicht nein. 1860 Euro. Und dann gibt es noch die Möglichkeit über Steady. Das ist eine, gerade für Podcasts, sehr prädestinierte Webseite, uns per Abo zu unterstützen. Auch da gibt es verschiedene Tarife. Also wenn ihr Lust habt und sagt, wir wollen dazu beitragen, das Bergfest vielleicht sogar noch besser zu machen, als es eh schon ist, auch wenn das gar nicht mehr geht, nicht mehr machen, dann könnt ihr gerne uns unterstützen. Wir würden uns sehr freuen. Und genau, alle Infos gibt es dazu auf giesinger-bergfest.de slash support. Schaut gerne mal vorbei. Schaut gerne vorbei und hört auf alle Fälle in Folge 14 wieder rein. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Woche Pause und dann steigen wir wieder voll ein in den Löwenkosmos, sagen danke fürs Zuhören, lasst gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter. Und ansonsten gibt es den wichtigen Hinweis und den bin herzlichen dir alle. Wir bleiben alle schön. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. 精神 Götz